Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode haben wir es hier auf diesen Vorsprung hier geschafft und wir sind ziemlich schluftiger Höhe und ich würde sagen wir machen hier weiter während die hier da ihren gefeikt haben. Nice. War jetzt da unten ein Secret oder so? Nö. Oh. Ah. I see. Yo. Das hat nicht gereicht. Äh. Irgendwie so. Ja. Soll es natürlich auch richtig machen. Aber das sieht jetzt wieder nicht. Ach, probieren wir es mal. Ah. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Okay. Komm doch mal her. So weit wie möglich. Nein. Ach, man. Aburra. Okay. Knapp, aber hat funktioniert. Äh. Und jetzt? Ähm. Das reicht doch. Wird doch nicht reichen, oder? Oder soll ich zuerst zu dir rüber? Ja. Ja, ich glaube, ich hätte da erstmal nach links rüber sollen. Auch nochmal her. Wir machen das jetzt so. Okay. 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 Unser Haustierchen ist da. Ja, was du nicht sagst. Oh, komm, 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 komm. Na, komm, 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 komm Kann ich da durchschießen, irgendwie? Nee. Gut. Ah. I see. Okay, da ist offen. Die Tür ist verschlossen. Da komme ich nicht raus. Und da wäre der Strahl. Ähm. Hm, 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 hm. Hier hat's. Warum kannst du da nicht durch? Gut, wo war das? Da war das. Komm. Okay, wir können da jetzt rein. Was? That's it. Ähm, einmal das da. Jetzt darf ich das da wegmachen. Nö. Gut. Also, das wäre offen, aber wo musst du dann hin? Wo musst du hin? Da oben sind noch welche? Da könnte man theoretisch hin. Hm. Ich versuch's mal, da oben hin zu kriegen. So, du da. Komm mal mit. Äh, einmal irgendwie so hin. Cool. Geschafft. Hoffentlich bist du einsatzbereit. Sieht nach einem großen Feuergefecht aus. Wir schaffen das. Viel Glück. Ich hab anscheinend einen Raider hinter mir. Muss ihn abschütteln. Ah ja, das kriegst du schon hin. Uh, Safepoint. Ja, bitte. Sehr gut. Was? Wie hast du mich jetzt schon sehen können? Warte, wo bist du? Okay, da rüber. Nice. Ah, okay. Ciao. Aule, shit. Was ist denn hier am Abgehen? Aule, fucking shit. Fuck, 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 fuck. Yes, danke schön. Fuck, 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 fuck. Help mir, baby. Fuck. Ah, scheißen Dreck. Okay, die Druidika, die sind ja noch easy. Sagt er ja, wird von ihnen umgebracht. Nice. Wer oder... Er schießt da. Äh, aktivieren. Die Materialien hatten ihm nichts entgegenzusetzen. Aber dergen ist nirgends zu sehen. Nun, wir glauben zu wissen, wo er hin will. Wir treffen uns oben. Erstmal muss ich mal den Typen da besuchen. Bist du? Ja, natürlich. Sie geht nicht auf. Wie komm ich da oben rauf? Ah. Gut, dann halt nicht. Oder über das hier. Nee, das ist zu weit. Ja, klar. Dann gehen wir halt den manuellen Weg. Ja. 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 Nice. Ähm. Okay. Äh. 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 Okay. Auf, 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 auf. Sehr gut. Komm. Ah, dankeschön. Ja, das mit dem Landen, könnte schwierig werden. Sehr gut. Oh, da ist was. Komplett übersehen. Euer Angriff hier ist gescheitert und die Leben eurer Soldaten sind verwirkt. Ich hab getan, was wir verlangt haben. Lasst mich gehen. Gut. Das war so klar. Gut, ähm... Du bist armselig. Wer hat das... Wow. 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 Alles gut. Ich bin okay. Nee, bist du nicht. Wirf mir ein Stimmen her, Kumpel. So, Kollege. Kommst du hier runter? Jetzt wird gekämpft. Ach, komm hier runter. Yes. Ich werde nicht... Sehr gut. Hä? Äh... Okay. Fuck. Ich war zu langsam. Aber ich sehe, wie es funktioniert. Okay. Nein. Äh... Okay. Ich habe es nichts... Ah... Ja, wir schauen hier mal vorbei. No, 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 no. War ich da durch? Mixer. Ähm. Why? Da ist zu. Ähm. Okay, vermutlich was für später. Wir schauen erstmal da vorbei. Ach, warte mal, ist das der eine Aufzug, der... Also die Gegner sind mir irgendwie lieber, wo man die Kämpfe besser, also die Schläge besser vorhersehen kann. Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Bleib wo du bist. Autsch, der hat getroffen. Nice. Nice. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte Bili eigentlich... Ah, fuck. Das andere bitte. Ah, hier ist es offen. Gut. Bei dem ist man doch bestimmt weiter, oder? Ja, natürlich ist es wieder von anderen Seiten geschlossen. Wie immer. Also jetzt hier weiter. Ja. Aber wir kommen da jetzt nicht hin. Also, wie im Leben kriege ich den Sprung hier hin. Ja, blöd. Hm. Wie komme ich hier weiter? Da oben ist auch ein Hindernisparcours. Hier, von da und nirgends muss ich weiter hinkommen, oder? Ach, doch. Da. Ah. Reicht das? Ähm, ja. Das... Könnte ein bisschen dauern jetzt. Ja, na toll. Okay, hat geklappt. Okay. Nein, 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 nein. Schön noch da oben. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich hab vor der Landung ein paar Badlam-Fliegen zerquetscht. Kein Problem. Vor uns ist ein ganzer Schwarm von denen. Haha. Bist du bereit, Bruder? Wollen wir uns den Kompass? Imperiale gibt's hier fast keine mehr, was? Sie haben die Badlam-Raiders unterschätzt. Ich sag dir eins. Degen mag wahnsinnig sein, aber er hat eine Armee, die an ihn glaubt. Sie glauben, er führt sie nach Tenalore. Nur über meine Leiche. Ähm, wie genau wollen wir jetzt ab hier weitermachen? Wir sind zurückgesetzt. Keine so wirkliche Option. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ähm. Ich weiß ja nicht. Schöne Aussicht. Ähm. Ja, also mal ernsthaft. Da oben ist was. Spiel, was willst du jetzt von mir? Kann ich dich nochmal auslösen? Aber doch. Ach so, damit ich jetzt nach oben komme, oder wie? Nein. Oh, fuck. Mann, sieh dir das mal an. Was denn? Ach so, ja. Der sieht wirklich geil aus. Secret, secret. Secret, secret. Yeah, secret. Secret. Wir haben einen erwischt, der fliehen wollte. Bitte, ich ergebe mich. Das ist die Armee, die den mächtigen Jedi-Orden vernichtet hat. Tötet ihn. Sieh dir diese Technik an. Weißt du, meine Tochter liebt technische Spielereien. Ja. Am liebsten hat sie diesen Schwarzmark-Scanner, den ich einem Huttenvollstrecke abgenommen habe. Ich war ein schrecklicher Vater. Niemand ist perfekt. Du kämpfst, damit sie ein besseres Leben hat. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Wenn Degen den Planeten mit dem Kompass verlässt. Wenn er entkommt, sehen wir nie wieder. Okay, das war irgendwie sehr knapp. Und dafür sorgen, dass das nicht passiert. Nice. Wo sind die ganzen Raiders? Das gefällt mir gar nicht. Ja, das... Oh, was ist nochmal hier? Wir sind schon fast an der Spitze angekommen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, ich würde sagen, wir sind da ein bisschen drüber, wenn es um die Spitze geht. Ähm, ich hätte gerne ein Safe-Ord. Wie Dank gespielt. Danke, 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 danke. Machen wir eine Pause. Ja, einmal ausruhen. Fähigkeiten. Könnte man eigentlich mal wieder... Was machen mit Lichtschwert? Äh... Doppelklinge. Mehrfach Reflexion halte unmittelbar bevor Plasterschüsse auftreten. Ey, Moment. Drücke in der Luft Y noch mal einen Schmetterschlag nach unten auszuführen. Der Schaden... Wie sind wir das verursacht? Der Luft Y. Machen wir mal. Achso, das war mit der Doppelklinge. Zwei Schwerter. Ähm... Das ist Y genau dann los, wenn ein Gegner trifft, um einen noch vernichteten Folgeangriff zu machen. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du Y loslässt. Was haben wir bei Parierstange noch? Hm. L, B und X. Das machen wir mal. Geil. Aufklären. Aufklären der Reflexion. Drücke unmittelbar bevor ein Bolzen auftritt. L, B. Wenn man aufklären... Aha. Drücke in der Luft Y für einen Schmetterschlag. Okay. Zwei Punkte noch. Gibt es ja auch jetzt so viele Fokusangriffen? Machen wir auch. So. Achso, warte mal. Ich habe es mir ja nur angeschaut. Ja, komm. Mach. Gut, das war es erst mal. Und wenn das jetzt hier ist, gehe ich mal davon aus, dass wir sowas wie einen Bosskampf hier haben werden. Willst du diesen Knopf wirklich drücken? Haben wir eine Wahl? Gut, dann los. Ja, es geht bestimmt schief. Einer für dich, einer für mich. Nett von dir, dass du teilst. Ja, gut da. Gut, ein Kampf. Bereit, oder? Ja, gut. Nice So, was haben wir hier für Goodies? Hier hat es noch was. So bitte, schieß mal hier. Nein, schauen wir, was passiert. Oh. Hallo. Alla. 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 Okay. Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aber ich werde nochmal das hier machen. Bitte lass nicht alles wieder da sein. Ja, doch, natürlich. Ja, dann mache ich es halt diesmal besser. Hello. Wir haben einen Kampf um hier. Bin bereit, wenn du es mit. Entferne Ziel. Systemschaden. Das ging besser. Alter. Ja, okay. Fuck, das war falscher Button. Aber warum geht das nicht? Geil. Oh, einer von denen. Wir sind am Ende. Nee. Hilfe, BD. Weiche raus. Komm jetzt. Dankeschön. Go, Big Daily. Okay. So. So. Ich bin nicht ganz froh, wenn es jetzt... Ah, das brauchen wir also hier irgendwo. So, komm mal her. Wo musst du hin? Okay, das ist da draußen. Wollte ich das aufmachen? Ja, ne? Soll ich jetzt wirklich noch da draußen? Ah. Also, das aussieht dahin. Nein! Puh! Okay, bitte nochmal. Komm mit. Nice. Oh, dankeschön. Uh, wieder gut ist für mich. So, bitteschön. Ähm. Oh, da oben. Wie komm ich da rauf? Wie komm ich da rauf? So nicht. By the way. Was? Hat das Pracht, dass ich jetzt eigentlich hier drin bin? Kann ich hier einen Gang übersehen? Wir müssen höher. Kann ich mehr von euch platzieren? Wir müssen jetzt gerade mal hin. Ah, bravo. Wir müssen mal in die Richtung. Ähm. Hier nach oben. Oh, das war jetzt überhaupt nicht glitschen. Gut, wir werden das auf die andere Seite wieder stellen. Na komm. Oh, das kann ich hier auch nicht irgendwo sonst... Ich muss da rein. Yes! Das war die Lösung. Stimmt ja, wenn man durch das Energie-Ding durchgeht, kann man ja noch mal weiter. Cool, mehr macht. Ja, aber... Hat sie wieder so einen Spalt oder irgend so etwas, was ich übersehe? Ist ja nicht das erste Mal. Hast du irgendwas? Okay, du gehst einfach nur weg von mir. Was übersehe ich? Oder war das alles nur extra? Müssen wir das doch noch mal drehen? Also ich probier's einfach mal. Das Ding ist, ich komm hier halt nicht mal ansatzweise da rüber. Weil das Ding da auch noch im Weg ist. Ähm. Ach, Moment. Ich kann mir ja helfen. Ah, irgendwie so. Okay, wir sind jetzt hier. War das jetzt gut? Muss ich in die Richtung, oder? In die Richtung. Aber das Gitter geht so rüber. Ähm. Okay. Das war die way to go. Was ist da oben? Oh, da ist ja jemand. Achso, das nahe ist er. Da geht's zum Observatorium. Genau hinter der Armee von Badlam-Droiden. Gut, wenn's da weitergeht, dann schau ich erstmal hier unten. Weil eventuell kann ich auch eine Abkürzung aktivieren. Äh, was genau hab ich da jetzt? Abkürzung freigeschaltet. Gut. Und was haben wir hier? Moment, bin ich doch jetzt die Tyroid nicht übergangen, oder? Oh, da kommt nur. Ich gehe immer noch nach dem Kampf, den der in uns verspügt. Ich werde aufsteigen. Ich werde aufsteigen. Ich werde aufsteigen. Ah, fuck. Nice. Ah, Zusatz-Boss. Bitte Gesundheit, bitte Gesundheit. Yes. Danke, Spiel. Coole Sache. Hä? Hallo? So, das war alles extra. Dann gehen wir mal wieder retour. Moment mal. Was passiert, wenn... Wir müssen besser zielen. Ja, es geht auch gar nicht rein. Oh, bei Zeiten sollte man die Fenster immer putzen. Oh, guten Tag. Alter, wie mit Ruinen sind denn das hier? Was ist denn? Alter, was ist denn? Okay, wunderbar. Oh, Dagen-Boss-Kampf jetzt? So, wenn ich jetzt... Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, was du nicht sagst. Ähm, Fähigkeiten. Sollte ich bei Überleben vielleicht noch was machen? Widerstand. Ah, das Maximum der Lebenserhöhung erhöht sich. Jetzt seht ihr zeitig. Ähm, ich kann nicht machen mein Leben. Das, glaube ich, ist nie schlecht. Okay. Bereit? Jederzeit. Ja, ja, ja. Was macht man denn? Machen wir das denn? Ja, doch, machen wir. Machen wir noch in dieser Episode. Mäzen. Mäzen. Er hat die Nachricht wohl einige Jahre zu später erhalten. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Tennelor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Ihr seid nicht frei, Dagen. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Wie konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler. Dabei seid ihr ein Versager. Sie haben uns nicht versiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen, angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater bin, den die Optionen ausgehen. Und du stehst an dem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tenelor ruft! Okay. Ja! Jämmerlich! Fack mal, wof, 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 wof. Oh! Alter, warum? Was wöbelst du da so rein? Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Das will euch ins Schlaf bringen. Jämmerlich! Okay. War's das? Ihr erbärmlicher Nerv. Euch bleibt nur noch der Ton. Hierher, Kumpel! So, shit. Der zwirbelt leider voll. Ihr fürchtet euch. Ihr seid eine Blamage. Idiot. Jetzt bin ich dran. Du weißt nichts über die Macht. Okay, ich muss viel mehr ausweichen. Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. War's das? Was zum Weg? Wir werden lernen, was es heißt zu leiden. Sie werden lernen. Ihr werdet mich nicht aufhalten! Wie jämmerlich! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Du bist erledigt. Oh fuck. Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bekämpfen. Ah fuck, der hat mich getroffen. Scheiße, 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 scheiße. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Nein, nein, scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Schau, scheiße, das schaff ich nicht. Nein, scheiße, das werde ich nicht schaffen. Fuck. Scheiße. Okay, ich muss wesentlich öfter ausweichen. Holy, 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 holy shit. Lieber langsamer und dafür immer wieder mal reinhauen. Und dann sollte ich eigentlich zum Ziel kommen. Ich meine, seine Phasen sind eigentlich überschaubar. Ich denke, wir haben das zweite Mal geschafft. Aber das machen wir nicht mehr in der Episode. Das probieren wir in der nächsten. Wir sind eh schon wieder lang. Also, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Oder wenn ihr ganz wild drauf seid, werdet ihr sogar Kanalmitglied. Jetzt kriegt ihr alle Folgen im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.